Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Eckstein, Eckstein, alles soll versteckt sein, hinter mir, vor mir, rechts mir, links mir, ich komme. Ich werde euch schon noch alle finden. Hm, wo könnten sie sich versteckt haben? Au, die Nadeln piepsen. Aua, Aua. Sky, er hat mich entdeckt. Hab dich. Das war einfach, jetzt suche ich die anderen. Hopp, mal schauen. Hm, hier ist niemand. Versteck dich, versteck dich. Pssst, mach keinen Lärm. Da hab ich doch was gehört. Ha, hab ich euch. Das war deine Schuld. Hey, Suma, ich hab euch abgeklatscht. So, jetzt muss ich nur noch Rubble finden. Oh, Sky, äh, dich hat er auch gefunden. Ja, leider. Hopp, hopp, hopp. Ha, hier ist er nicht. Hoppa. Hier auch nicht. Vielleicht hat er sich ja hier versteckt. Hm, nein. Vielleicht hat er sich im Schrank versteckt. Hm, nein. Freunde, ich kann Rubble nirgends finden. Ihm wird doch nix passiert sein. Keine Sorge, wir helfen dir beim Suchen. Rubble, Rubble, Rubble. Ha, hier ist er nicht. Rubble. Rubble, Rubble. In der Kiste ist er nicht. Hopp. Hm, wir haben ihn nicht gefunden. Wir auch nicht. Hört ihr das? Hört ihr das? Das kommt von da drüben. Er hat sich unter der Decke versteckt. Da bist du ja. Da bist du ja. Wach auf. Hi, hi, Rubble. Das kitzelt. Ich bin gleich an der Wand. Ich war am schnellsten. Ich hab gewonnen. Hahaha. Hahaha.